Die Liebe von Casey und Jake Gesprochen von Julia Preuss und Alexander Penzel Am Morgen des 30. Mai 2014 war ich nichts anderes als eine 23-jährige Studentin der Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen an der Arizona State University, die die ersten Wochen der Sommerferien genoss. Nebenbei servierte ich als Kellnerin Blumen Onions im Outback Steakhouse. Ich war ein einigermaßen attraktives Mädchen mit schneller Auffassungsgabe und einem unbefangenen Lächeln. Es war wirklich nichts Besonderes an mir. Jedenfalls nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass mein bisher bekanntes Leben nach diesem Tag nie wieder dasselbe sein würde. Als jüngstes von drei unbändigen Kindern und einziges Mädchen war ich selbst ein halber Junge gewesen, mit Jungen als meinen besten Freunden. Wir waren stundenlang draußen, fuhren Rad, dribbelten einen Basketball und kletterten auf Bäume. Aber als ich 13 war, setzte zu meinem Entsetzen die Pubertät ein und mein magerer kleiner Körper veränderte sich. Für eine Weile kämpfte ich dagegen an, nicht bereit, mein glückliches Leben unter Jungs aufzugeben. Aber als meine Brüste wuchsen, meine Beine länger wurden und meine Hüften plötzlich Kurven an meiner vorher stockdünnen Figur bildeten, bemerkten das schließlich auch meine Freunde. Alles veränderte sich. Die Jungs sahen mich anders an, sie tuschelten hinter meinem Rücken, sie versuchten mich an Stellen zu packen, an denen ich definitiv nicht gepackt werden wollte. Nach und nach hörte ich auf, mit ihnen herumzulaufen und suchte mir eine Gruppe netter, kluger Mädchen, die ich in den anspruchsvolleren Kursen kennenlernte. Nein, mit ihnen war es nicht so lustig wie mit den Jungs, aber wenigstens benahmen sie sich nicht wie geile kleine Perverse. Da ich mit den klugen Kids befreundet war, verstand es sich von selbst, dass ich nicht zu den beliebtesten zählte. Trotzdem hatte ich genug Freunde. Und unter den Außenseitern, mit denen ich abhing, galt ich als ziemlich heiß. Manchmal fiel ich sogar den Jungs aus der Alpha-Klicke auf. Einige der typischen Komplimente, die ich zu hören bekam, waren Dafür, dass du klug bist, bist du irgendwie ganz schön hübsch. Oder Du wärst heiß, wenn du nicht so viel reden würdest. Hey, in der Highschool nimmt man, was man kriegen kann. Erst in meinem dritten Jahr an der Highschool machten sich die Hormone wirklich bemerkbar. Und ganz plötzlich war ich verrückt nach Jungs. Ab da fing ich an, mich hübsch anzuziehen, Make-up zu benutzen und mir tatsächlich die Haare zu bürsten, statt sie einfach zu einem Pferdeschwanz zu binden. Ich versuchte, cool zu bleiben, wenn ein Junge sich für mich interessierte, aber alles, was ich über das andere Geschlecht wusste, rührte von meinen beiden höhlenmenschartigen Brüdern und den Jungs, mit denen ich jahrelang gespielt hatte. Potenzielle Verehrer, so entdeckte ich schnell, schätzten es nicht besonders, wenn ich unpassende Scherze über ihre Weichteile machte. Nur ein Junge war mutig genug, um es mit mir aufzunehmen. Tommy Schulz. Irgendwann während meines letzten Jahres an der Highschool fingen wir an zu daten. Tommy war ebenfalls einer der cleveren Schüler und galt als cool. Er mochte meinen Sinn für Humor und fand mich witzig. Gemeinsam erlebten wir all die epischen Augenblicke der letzten Highschool-Klasse. Das Abschlusspicknick, den Abschlussausflug, den Abschlussball der Highschool und Sex. Er war mein Erster und ich war verliebt. Mein unreifes Gehirn glaubte wirklich, dass wir für immer zusammenbleiben würden. Aber am Tag nach der Abschlussfeier ließ er mich jäh sitzen und erklärte, dass er in seinem ersten Jahr am College nicht gebunden sein wolle. Ich war am Boden zerstört. Und er verschwendete keinen weiteren Gedanken an mich. Also ging es mit einem frisch gebrochenen Herz ab ans College. Obwohl ich nur wenige Meilen von der ASU entfernt aufgewachsen war, wollten meine Eltern, dass ich die volle College-Erfahrung machte und ließen mich in meinem ersten Jahr im Studentenwohnheim wohnen. Es stellte sich heraus, dass ich genau das gebraucht hatte, um wirklich zu wachsen und zu reifen. Und dabei ein wenig Spaß zu haben. Rückblickend musste ich meinem Ex-Freund danken. Er hatte Recht gehabt. Ohne ihn hatte ich am College erheblich mehr Spaß. Zum Glück bot mir die riesige Studentenschaft die Möglichkeit, als vollkommen unbeschriebenes Blatt neu anzufangen. Niemand kannte mich als die jungenhafte Casey oder Casey, die zu viel quasselt. Am College war ich einfach nur Casey. Ein Mädchen mit ordentlichen Kurven, süßen Grübchen, einer wallenden Mähne brünetten Haares und einer, wie man mir gesagt hat, mitreißenden Persönlichkeit. Ja, es gab definitiv Gelegenheiten, da ich das Interesse eines Typen mit einem unpassenden, schnaubenden Gelächter oder einem Schwanzwitz zur Unzeit ersticken konnte. Aber größtenteils gelang es mir, mich neu zu erfinden und mich zu einer einigermaßen gesitteten jungen Frau zu entwickeln. Obwohl ich bisweilen meinen vulgären Sinn für Humor zügeln musste, um die Jungs bei Laune zu halten, war das meist den Kompromiss wert. Obwohl ich hier und da mit Jungen ausging, hatte ich bis zu meinem zweiten Collegejahr keinen festen Freund mehr. Logan Adams, Sohn eines wohlhabenden Geschäftsmannes und Reservespieler des Reserve Quarterback des Footballteams der ASU, sah gut aus, war reich und höllisch eingebildet. In meinem Kopf gingen die Warnglocken schon los, bevor er auch nur den Mund aufgemacht hatte. Aber wie so viele Mädchen es tun, sah ich über seine offensichtlichen Schwächen hinweg, weil er so verdammt heiß war. Und er überzeugte mich tatsächlich mit dem, was ich für seine freundliche, sensible Seite hielt. Es stellte sich allerdings heraus, dass er nichts Warmes oder Sentimentales an sich hatte. Ich brauchte über ein Jahr, um dahinter zu kommen, dass mein Freund leidenschaftlich gern auch mit anderen Mädchen als mir schlief. Nach ihm war mein Liebesleben, tja, nicht mehr existent. Ich war ungebunden und definitiv nicht auf der Suche. Es verschaffte mir eine gewisse Befriedigung, Single zu sein. Ich konnte tun, was ich wollte, wann immer ich es wollte. Mein Hauptaugenmerk lag nicht darin, einen Typen zu finden, sondern im kommenden Frühling planmäßig meinen Abschluss zu machen. Wegen meiner Arbeitszeiten und der Schwierigkeiten, in die Kurse reinzukommen, die ich brauchte, war ich bereits darauf eingestellt, fünf Jahre bis zum Abschluss zu brauchen. Aber auf keinen Fall würde ich Sex daraus machen. Und obwohl ich einen Teilzeitjob hatte, um mein teures Studium mitzufinanzieren, hatten meine Eltern viel geopfert, um mich von ihren begrenzten Bezügen aufs College zu schicken. Ich spürte die starke Verantwortung, mich dieses Jahr wirklich reinzuknien und mein Studium zu beenden. Die Liebe würde warten müssen. Und wenn es soweit war, wusste ich, nach welchem Typ Mann ich nicht suchen würde. Wirklich, ich war gar nicht so wählerisch. Persönlichkeit war mir viel wichtiger als Aussehen. Obwohl es ein Bonus wäre, wenn ein Typ obendrein heiß war. Je älter ich wurde, desto klarer wurde mir, dass ich es nicht nötig haben sollte, mich dümmer zu stellen oder auf Adrett zu machen, nur um einen Mann zu beeindrucken. Entweder war ich gut genug, wie ich war, oder er war meine Zeit nicht wert. Ich wusste, dass mein Typ irgendwo da draußen war. Ich hätte nur niemals, nicht in einer Million Jahren, ahnen können, wer er sein würde. Kate Mullen war eine gute Freundin von mir. Wir hatten uns als Kellnerinnen im Outback kennengelernt und waren Freunde geblieben, auch nachdem sie dort aufgehört hatte. Wir teilten einen schrulligen Sinn für Humor und die Liebe zum Reality-TV. Ich kannte Kate schon seit zwei Jahren und jetzt bat sie mich, bei ihrer Hochzeit als Brautjungfer zu fungieren. Ich war begeistert, an ihrem Festtag dabei zu sein. Bei einem Mittagessen zwei Wochen vor der Hochzeit ließ Kate dann die Bombe platzen. Mitch meinte, es wäre das Beste, dich mit Jake zusammenzutun. Ihre Worte drangen nicht sofort zu mir durch. Moment mal, was? fragte ich. Jake wird bei der Hochzeit dein Partner sein, wiederholte Kate. Dann verstand ich und mir wurde flau. Heilige Scheiße, sie meinte den Rockstar. Ich hatte gewusst, dass Jake McAllister kommen würde, er war schließlich der Bruder des Bräutigams, aber ich hatte einfach angenommen, dass ich ihn aus der Ferne bewundern würde. Aber ich dachte, Sarah sollte seine Partnerin werden, stotterte ich. Sie redet seit vier Monaten vor nichts anderem mehr. Ich weiß, ich liebe Sarah, aber manchmal ist sie etwas penetrant. Manchmal? witzelte ich. Erinnerst du dich noch an Aaron? Oh Gott. Kate verdrehte die Augen und lachte. Ja, das war finster. Ich wollte ihr eigentlich sagen, dass er schwul ist, aber es hat so viel Spaß gemacht zuzusehen. Du bist schrecklich, erklärte Kate kopfschüttelnd. Wie dem auch sei, Mitch macht sich Sorgen, dass Sarah den ganzen Abend an Jake kleben wird und dass er sich ihretwegen vielleicht unwohl fühlen könnte. Jake mag es nicht, wenn man sich ihm an den Hals wirft. Und du glaubst, ich würde ihm mich nicht an den Hals werfen? antwortete ich mit erhobener Stimme. Das ist nicht dein Stil, Casey. Hast du den Kerl mal gesehen? Ja, bestätigte Kate. Ich hab ihn gesehen. Dann ist dir klar, dass du mich da völlig unterschätzt, richtig? Kate nickte lachend. Sie hat ihn einfachité. Vielen Dank.